Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schlitteln, Skifahren oder einen Schneemann bauen, bald ist es wieder so weit. Und in der praktischen Texte, Skibekleidung, sind unsere Kinder ja bestens gerüstet für alles Wetter im Winter. Gut geschützt sind die kleinen in diesem herzigen Schneedress mit dieser warmen Weste, die dazugehört. So, jetzt darfst du auch ein wenig helfen mit dem Schneemann, gell? Alida, zeig du mal deinen lässigen Schneedress, den du an hast. Den gibt es für Buben und Mädchen. Er hat hier Ärmel, die man abnehmen kann. Hier sehen wir es gerade. Und er hat eine versenkbare Kapuze. So, danke dir vielmals. Jetzt kommen wir noch zu David. Er hat ganz schnelle Rennhosen an mit weichgepolsterten Knien. Er ist gut geschützt auch bei jedem Sturz, weil nämlich die Hosen besonders hoch hoch geschnitten sind. Und dazu trägt er eine topmodische Jacke von Techstar. Und wenn man einen Slalom oder einen Abfahrt gewinnen will, macht man das am besten mit den Marken der Profis. Besonders günstig sind jetzt die Kinder- und Jugendskisets der Marken Fischer und Blitzart. Mit den montierten Bindungen von Tirolia oder Salomon. Sie sehen, bei Coop ist wieder alles bereit für einen richtigen Skiplausch für unsere Jüngsten. Und nach dem Spielen draussen geht es dann in der warmen Stube weiter mit diesen tollen Spielsachen von Coop. Schaut in diesem Coop wie nach Wunschkatalog, der eure Post in den nächsten Tagen bringt. Darin findet ihr alles, was sich Mädchen und Buben so von Herzen wünschen. Und jetzt zu weiteren aktuellen Informationen. Feine Herdöpfelspezialitäten offeriert ihnen Coop fixfertig zubereitet und tiefgekühlt unter der Marken Goldstar. Zum Beispiel knusprige Pommes Risolé, köstliche Pommes Duchesse oder die praktischen Bachofenfrit. Die Goldstar Herdöpfelspezialitäten brauchen nicht viel Arbeit und sind in wenigen Minuten zubereitet. Für die natürliche Haarpflege nach dem Haarwaschen gibt es bei Coop jetzt Timothée. Die naturmilde Pflegespülung mit Kräuterextrakt. Dank dem milden Pflegestoff wird das Haar geschmeidig, leicht kemmbar und kommt ein seitiger Glanz über. Wenn Sie noch Heizöl bestellen müssen, rufen Sie doch Ihrer nächsten OKCop-Servicestelle an. OKCop liefert Ihnen Heizöl, aber auch Holz und Kohle zu günstigsten Tagespreisen prompt und zuverlässig. Die nächste Nachricht richtet sich an unsere Zuschauer in Basel. Morgen Morgen am 8. wird das neue Coop-Center Breite an der Farnsburger Strasse eröffnet. So und jetzt schalten wir noch um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Wir profitieren vom schönen Gemüseangebot bei Coop und machen Fenchel mit Riebli. Das Fenchelkraut schneiden wir vom Knollen und legen es auf die Seite. Den Fenchel waschen, rüsten und in Streifen schneiden, auch die Riebli schieben. Eine fein gehackte Säbele, die wir im Anken dämpfen, geben das Gemüse dazu, lassen es kurz mitdämpfen, löschen mit Bouillon ab und würzen. Dann lassen wir das Gemüse ungefähr 15 Minuten auf kleinem Feuch garkochen. Zum Schluss geben wir das fein gehackte Fenchelkraut über das Gemüse. Wir empfehlen Ihnen zu diesem Fenchel mit Riebli, Brotwurst und Pommes Rissolet. Das Rezept, das wissen Sie, steht in der Coop-Zeitung ein gutes. Wir danken, dass Sie für uns Zeit gehabt haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Bei Coop bekommen Sie jetzt verschiedene Dekorationskerzensortimente für nur 5 Franken über. Eine prächtige Amarillis in verschiedenen Farben für nur 5,20. Ein Bund an 20 Stück Mosrösli für nur 5,90. Tempo Papiernastücher, eine Packung an 10x10 Stück für nur 1,40. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop. Knorr-Aromat im Triopack statt 2,95 jetzt für nur 2,30. Delikates Fleischkäse, 100 Gramm nur 95 Rappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag zwei Pakete Napoli-Spaghetti statt 2,40 nur 1,50. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!